servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon wieso gehst du nicht ach weil du ein trim bist ich heißt ich brauche erst mal einen trim einen op-trim das mache ich mit ja schön gut dass ich das schon hatte das heißt ich schmeiße ich jetzt mal da rein ich glaube ich ich glaube ich einen raus und da genau ok dann heißt es jetzt du gehst hierhin du kommst da rein und du gehst hierhin 123 du kommst nach unten so dann kommst du dahin du kommst dahin was brauche ich in der mitte einen einen stick haben wir und was war das ein schraubendreher ja besten den unbenutzten und wir haben das da effektor das heißt wir haben jetzt auch diesen table ich bin gerade beim überlegen ob ich den vielleicht dann auch schon schön bau so dann heißt es haben wir jetzt dann auch hier drin das heißt wir haben jetzt auf jeden fall schon mal die möglichkeit ich habe gerade überlegt ob ich es vielleicht anders mache aber geht nicht weil er wenn ich hier auch bis den tank hier nach hinten versetzen würde ich habe ich muss ja den table versenken den flug tank dran schön aber auch nicht gut das heißt jetzt wir haben jetzt das ich bin gerade beim überlegen mache ich den vielleicht doch nach oben gehen wir hin und machen den hier hin ich noch einmal weg ich auch dann heißt es gut table kommt kommst hier hin ich noch einmal weg ich auch dann heißt es gut table kommt kommst hier hin und ich habe und ich habe dann hier einen platz und stelle hier zwei tanks rein ja hätte ich gesagt ist es ist eine möglichkeit dann stellen wir mal noch ein work table damit hin dann haben wir hier schon mal eine breite eine breite ansicht ich habe neun rezepte 1 2 3 4 5 6 und dasselbe nochmal in normalen normalen aug also wie mache ich es ich mag es doch anders ich mag es leicht ganz anders ich mache dich jetzt hier so hin so dann heißt es jetzt für mich wir fangen an unten ja das ist jetzt das wird jetzt mit sich wie mache ich das jetzt ja wobei stimmt stop stop also wir haben 123456 dasselbe haben wir auch also das heißt da oben das heißt wir haben insgesamt zwölf rezepte haben 18 möglichkeiten so wir haben hier aber ein upgrade der wobei das upgrade template wird immer im assembler gebaut das baue ich nicht normal aber wir haben die storage upgrades die sind auf jeden fall alle mit der hand kraft bar das heißt wir haben hier 123456789 10 11 und das pack paketband brauchen wir auch nicht und storage downgrade können wir auch mal noch mit reinbauen da haben wir auch noch mal 12 2 4 6 8 10 11 12 gut dann heißt das heißt wir haben 12 wir haben insgesamt 24 stück dann habe ich drei stück die ich einfach nur luft habe so zum bauen okay er geht von hier nach hier das heißt ich brauche aber ich brauche dann ich brauche drei stück so so schnell hat sich wieder zum anfang zurückentwickelt wir brauchen drei aber wie gesagt nähe wieder das stück koste schrauben da kostet mich im pisten und und 60 sekunden meiner zeit aber wie gesagt das kann man ja immer nebenbei machen so dann habe ich jetzt noch mein architekt das hammer den haue ich hierhin und dann habe ich noch dich dich haue ich hierhin dann habe ich nämlich auch schon mal dahinten platz wird sich nämlich alles noch zeigen weil wir werden das nämlich für den hier brauchen gut also dann habe ich jetzt auf jeden fall ja macht es auf jeden fall sind dass ich mit dem fremd anfangen macht nur anfangen sind dass ich den trim beginn beginn sind auf jeden fall 1 2 3 4 bei den kleinen gibt es nur zwei dann hätte ich gesagt habe ich auf jeden fall meinen ersten draw wo ich sage ich habe ich habe dann drin den normalen nein ich habe den normalen und den trim drin ja und was dann habe ich dann unten einfach leer nein ich habe gesagt ich mache den normalen und den trim warum gibt es die eigentlich nicht auch als als kleine als als 1 total fahre okay also noch mal wir haben ihn da und die zwei und die zwei dann macht sie eigentlich als erstes sinn dass ich sage okay ich mache jetzt den ganz normalen trim und zwar als frame ha 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 ich brauche ich brauche noch kappen das blöcke ja aber kappen das blöcke mache ich eigentlich auch nicht hier die brauche ich ja auch komplett aber ich könnte natürlich da drin ablegen wer habe ich denn zwei so ich brauche jetzt nämlich im assembler gut frames davon brauche ich jetzt vier stück ihr seht gerade ihr versteht gerade warum das ich gerade gesagt habe ich werde jetzt richtig sägen brauchen aber ich habe gerade halt habe ich dort wenn du uns dick da ja wohl ich brauche davon 16 stück bitte nur wie gesagt die brauche ich jetzt nur so lange bis die lace irgendwann da ist so das waren jetzt wieder zwei stecks davon jetzt werde ich gehen davon ja unterbrechen müssen wenn er nicht schon durch ist okay er läuft er ist noch einmal losgelaufen so dann heißt es wir stellen um auf die vier also das mit den circuits habe ich auch nie richtig erklärt ne ja ich böser mensch ich weiß also wenn wir man sieht schon sehr viel also linke maustaste wenn man jetzt hier ist kann man scrollen wenn man scrollt kann man runter und rauf scrollen das funktioniert auch wenn ich mit der linken maustaste draufklicke geht es nach oben wenn ich mit der rechten maustaste drücke geht es nach unten wenn ich jetzt schiff drücke wenn ich jetzt schiff drücke geht es eigentlich nur mit schiff ja nicht schiff drücke ich weiß es nur nicht ob das nicken ist das ist bei mir schnell laufen ähm ja dann also wenn man schiff drückt dann kommt man in dieses menü rein dann kann man hier auch auswählen wenn ich dann wieder raus gehe und ich wieder reingehe kann ich halt wieder auswählen ist halt auch sehr praktisch so das heißt wir schmeißen mal die rein und dann sollen die mal schön brav man spart sich man spart sich schon mal wieder sehr viel 8 stück 2 4 stück 1 aber ich habe meinen wrench geschont ja jetzt muss ich halt meine energie die leitet halt runter wow und wie so okay aber wir brauchen ja den da das da so mit einer wood screw kriege ich 4 mit einer eisen screw kriege ich 8 mit einer stahlschraube kriege ich 12 mit einer stainless steel kriege ich 20 titanium kriege ich 24 und aluminium kriege ich 16 na klar weil aluminium auch von den anderen zwei kommt okay dann hätte ich gesagt ähm mir momentan sowieso ich habe momentan ein bisschen material übrig dann hätte ich jetzt mal gesagt mache ich mir jetzt mal davon 8 stück habe ich 8 schrauben ich brauche davon ein paar okay dann haben wir das da jetzt muss ich nochmal gucken zirkelmäßig brauche ich gar keinen dann haben wir uns die schraube rein und jetzt machen wir halt mal aus ich glaube ich brauche immer 2 ne nein ich brauche sogar mehr 3 okay okay aber das ist halt dann wirklich was wenn ich dann eine eine lace habe dass das dann auch sinn macht aber dann kann man dann schön brav sagen okay jetzt hau du mal dadurch aber schaffen wir gerade nicht und ich merke gerade das dauert ja ewig so ähm ich brauche als als erstes das teil hier also machen wir das so und das so und ich habe einen framed trim wird gesichert ich werde die dinge hier nur nicht bauen können weil ich äh zu wenig pistens habe wäre na schön wenn ich die jetzt anfangen könnte oder würde weil dann hätte ich nämlich auch äh endlich mal da hinten ein paar fässer weg müsste ich nur naja okay ich müsste noch einen piston bauen ne das mach mal das machen wir zum späteren zeitpunkt okay dann habe ich jetzt schon mal das ähm ich habe jetzt natürlich ich habe half slabs dabei aber ich habe kein normales holz mehr dabei je ich habe es richtig gemacht ähm was ich brauche noch mal 16 stück ich habe vier ich stück entdeckt so das müsste jetzt hoffentlich so sein ja wobei nein da brauche ich nur ich brauche nur äh was 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 mache ich denn ich brauche hier eigentlich ich brauche sticks ich brauche half slabs genau mehr brauche ich nicht aber half slabs können wir momentan auch nicht genügen haben so das heißt jetzt wir machen jetzt dasselbe spiel was wir gerade gemacht haben nur mit half slabs und zack schon haben wir einen auktrim wenn es jetzt nach mir gehen würde würde es dann hier ähm wobei kann ich den eigentlich auch löschen nein ich kann ihn nur raushauen mach mal ich bin unzufrieden mit mir selber ich weiß so also dann machen wir jetzt dasselbe spiel nochmal du kommst dahin du kommst dahin du kommst dahin du kommst jetzt da rein du wirst gesichert ähm jetzt muss ich gucken was brauche ich für den framed okay kisten brauchen wir natürlich auch noch dann kommst du jetzt hier hin dann habe ich den framed sichern ähm dann heißt es jetzt der zweier kommt dahin und framet sichern also das ist eigentlich billiger aber momentan für mich teurer weil ich ja wobei du musst halt sägen jetzt durch durch drücken so dann machen wir die da und dann kommst du hin dann haben wir den vierer genau so dann haben wir jetzt schon mal alle vier vier geframeten jetzt bauen wir nochmal zwei das ist jetzt dann der framed der kleine das heißt wir brauchen eins zwei drei vier fünf und die vier nein schmatti weg zuerst anders anschauen wir nehmen und ja ich kann es nicht drehen das ist egal ja wobei geht dann glaube ich doch schneller das so zu machen so dann haben wir den da und jetzt müssen wir hoffen dass die framed reichen wenn es jetzt wie ich an meinem fail ist ne dann freue ich mich ja aber wir brauchen vier und wir haben jetzt alle alle äh fertig was geframet ist ich bin jetzt halt nur gerade beim überlegen mache ich jetzt hier die frames hin oder mache ich hier die anderen hin natürlich wäre es jetzt cool wenn jetzt doch 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 also das heißt wir brauchen ich werde nochmal gleich meine säge mitnehmen oder auch nicht weil ich keine platten mehr habe jeder trägt mal nach draußen und holt mal schnell eine platte vor allem eine okay glaube ich glaube ich werde ich mich selber in hin dann treten wenn ich jetzt nur mit einer rein kommen geht so mein stahlofen müsste eigentlich sauber laufen jawohl der ist bald durch dann hätte ich gesagt machen wir hier gleich mal 32 machen wir auch mal hin sobald er durch ist können wir das nämlich dann mitnehmen so ich muss ich aufhören weil sonst äh 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 und ich brauche sägen es wird zeit für den cutter ähm ähm dass du kommst da rein säge du kommst hier hin gut dann brauchen wir wieder 16 stück von dir aber jetzt schmeiße ich erstmal diese hinein du musst da wieder dahin und du musst dahin so jetzt ist die fast durch äh man kann nicht sagen dass ich keine sägen habe so dann kommst du jetzt bitte nochmal hier hin mit der 4 du rein du rein ich geh nochmal schrauben holen ähm ich habe eine noch eine einzige eiselschraube nein ich habe noch vier okay sondern 32 stück stück glaube ich wenn mir die ferns reichen da werde ich jetzt dann auf jeden fall halt eine gebauen dass man dass er halt auf jeden dass man auf jeden fall schon mal das konzept zieht was ich vorhabe so so derzeit schmeißt man sich rein und die vier schrauben danach kannst du du weiterlaufen aber ich muss sowieso schrauben machen wie gesagt aber dann gehe ich ja gerne beim nächsten mal dann hingehen und sagen okay wir bauen uns jetzt die 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 drehbank also die lase und können uns dann halt da die rots endlich mal runter drehen und dann werden wir auch und dann werden wir auch ganzen ganzen schritt weiter so dark oak dark oak finde ich ist ein hübsches material nehmen wir haben wir 16 stück ja es gibt noch ein helleres holz als das aber ich glaube das ist das einzige was ich auch schüsseln kann also nämlich dich so dann gehen wir jetzt hin und zwar ich brauche jetzt den da das panel weil das ist eine glatte fläche richtig 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 so und dann nehme ich dich und aus dir mache ich schade dass man das nicht grün also durch scrollen kann dass man sieht wirst du was ich nehme den da genau das sind die so einen schönen rahmen haben so dann heißt es nämlich wir brauchen jetzt also das ist die das ist der schuppe das ist das ding und das da ist außenrum nicht genau das ist so es ist so weg erzählt wieder konfuses zeug ich bin gerade beim überlegen macht es sind nein das macht keinen sinn ich nehme die hier so dann lege ich dich jetzt dahin und dann habe ich jetzt meine mein frame drumherum wenn ich jetzt nicht da rein lege geht es nicht ich könnte sozusagen nochmal die äußere umrandung glaube ich nochmal eine andere farbe machen so die nehmen wir jetzt raus und dann hätte ich gesagt ja genau das heißt für mich du kommst mal nochmal hier weg du kommst hier hin du kommst hier hin ja dann kommst du jetzt nämlich da drauf und du kommst nämlich jetzt da drauf schau doch gar nicht mal so schlecht aus so dann haben wir den framed drawer das bist du dann kommst der double der kommst dahin und dann kommt der 2x2 dahin dann haben wir noch den trim der kommt drunter und jetzt haben wir ja das ganze zeug da wir brauchen nochmal vier nehmen wir raus nehmen wir rein remenier hin und zack durch dann haben wir das und jetzt haben wir ja brauchen halt nochmal da kommt der vierer nach oben und der zweier kommt dahin schau doch schau doch schon mal ganz manierlich aus so mein problem ist jetzt aber ich brauche noch den den schlüssel das heißt ich brauche zwei stahlplatten ein goldrot und ein gold bolt und eine goldene platte das heißt wir brauchen wir brauchen wir brauchen ein bisschen gold das ist sulfur das ist kein gold das ist hier gold so kurz davor mich aufzuhängen so dann kommst du es da rein dann kommst du ja ich habe jetzt hier keine öfen haha aber wir können mal schnell probieren und zwar das war hier drin du hast 1200 du hast 1600 1600 sind 8 1200 müssten 6 sein wenn ich jetzt mir nicht ganz verechnet habe aber ich habe sowieso nur 4 so das heißt wir brauchen jetzt gleich eine stahlplatte so ich habe noch einen du kommst du dann erstmal hier hin ich brauche aber nochmal ein und dann kommst du jetzt nämlich dann hier hin sehr gut und jetzt mache ich nämlich genau dasselbe was wir jetzt hier gemacht haben nochmal hier und zwar mit half slabs wo ich meine half slabs hin ähm sind die verloren gegangen nö aber die die kabel in das blöcke waren doch auch noch hä ich bin ich bin verwirrt ich habe gemeint ich habe noch welche da gehabt ist egal so also dann machen wir auch wieder hier das spiel zuerst zuerst den trim äh verdammt na ne das stimmt schon ich brauche keinen framed ich bin auch schon irre ok dann brauchen wir kiste und half slabs drumherum dann haben wir den einer dann heißt es kiste kiste half slabs haben wir den zweiten dann heißt na genau mehrere kisten dann heißt es jetzt dann haben wir zwei kisten und half slabs dann haben wir den kleinen und die fünf kisten und die half slabs dann haben wir den vierer so das heißt jetzt haben wir schon mal alles in der reihenfolge sauber durch das heißt der da und der da ist schon mal gleich so jetzt gehen wir auch hin und sagen okay ich habe jetzt hier mein oak trim dann haben wir den einfachen den doppelten den vierfachen den zweifachen und den vierfachen klein kann man jetzt dann immer sich wieder was neues ausdenken sozusagen sobald man halt da drin ist ähm dann brauche ich jetzt von dir äh genau ich brauche nochmal zehn kisten also dann sei ja kisten bauen wird jetzt das a und o sein 1 2 3 dann nehme ich dich raus und dann kommst du nämlich jetzt dann ups hierhin hierhin und hierhin und wir haben schon mal unseren drawerbereich eigentlich fertig hat auch nicht lange gedauert aber was lange wird wird endlich gut genau so ähm dann brauche ich jetzt was brauche ich denn ähm ja da bräuchte ich nochmal schrauben da habe ich jetzt noch die da fertig ja und da müssen kisten laufen also das das ding wird jetzt ständig laufen müssen kisten herstellen und äh die drawer äh dinge herstellen wie gesagt es werden aber auch vielleicht noch naja wobei ne ich glaube ich werde es so lassen marble vielleicht noch verwenden bei einigen so dann hätte ich gesagt wir haben jetzt dann hier unseren äh normalen bereich das heißt das ist der hier und dann habe ich nochmal ein crafting station und dann komme ich nämlich nur noch so an die kiste ran und du kommst mal da weg denn wir möchten ja auch hier was ähm mal hinkommen so ähm dann kommst du standard gemäß hier hin und hier hin und mein problem wird sein dass ich hier auf jeden fall noch mal drei brauche ähm müsste man eigentlich nein vielleicht reicht vielleicht reicht vielleicht reicht vielleicht reicht ja wobei nein halt stopp 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 drag 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 du musst mitdenken ähm wir haben ja einmal hier das da das nehme ich mit ich bin nämlich gerade beim überlegen brauche ich so viele wirklich ähm brauche ich davon sechs stück denn wir haben jetzt eigentlich ja mit dem ding hier so stellt mal ab danke wir haben jetzt ja hier schon eigentlich alles drin wir haben jetzt hier drin ähm ja wenn ich es anders mache ja okay dann weiß ich jetzt wie ich es mache ich habe jetzt hier lv drin es kommt ja noch auf jeden fall dazu der ähm das sensor und das andere teil dann habe ich noch zwei frei glaube ich zumindest dann haben wir dasselbe hier in m in mv den habe ich noch nicht und dann haben wir hier nochmal denselben das ist in hv genau dann haben wir ja zwei vier sechs sieben vier sechs acht acht ein vier acht zwölf beziehungsweise da könnte ich es eigentlich so machen dass ich sage okay wir machen zwei wo ich die motoren und die pistons reinmach und die anderen vier vier dann wären es zehn insgesamt vier sechs sieben freut mich auch acht dann heißt es genau dann machen wir das anders dann machen wir äh motoren und äh die pistons in den einen die pumpen und die konvoi in den anderen und die roboterarme und die anderen zwei sachen plus eventuell noch ein in den dritten das ist ein das ist eine lösung das muss man auch so tun so dann habe ich jetzt hier drin meine circuits die circuits gehe ich jetzt holen denn die circuits werde ich jetzt nicht nach oben bauen sondern auf die seite so das heißt jetzt dann muss ich halt nur überlegen ich habe an circuits circuit die ich ja erstmal hier bauen muss habe ich ja auf jeden fall den dann gib mir mal gib mir mal irgendeinen normalen circuit bitte da oben sind sie so und zwar hier die circuits und dann hier auf circuit drücken genau so wir haben auf jeden fall lv mv hv wobei sobald ich bei mv bin äh bin ich mir sicher dass ich die circuits eigentlich nur noch im in dem anderen ding mache aber ich will es ja aufheben das heißt ich habe auf jeden fall immer 1 das heißt 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 13 14 das ist das reicht auf jeden fall das ist super das reicht hervorragend das einzige was mir äh was ich bisschen schade finde ich äh ah es gibt doch eine leiste die wo man schieben kann ich sehe sie jetzt erst hallo also das sind eigentlich das sind eigentlich die kredenzien die wo wir noch brauchen die könnte ich aber auf die andere seite machen das machen wir auch so ähm du bist hups ich wollte jetzt eh nicht äh gucken ähm das heißt das muss ich auch nochmal ändern das heißt hier werden nur die circuits gebaut nein kann ich gar nicht kann ich nicht kann ich nicht wirklich nicht darf ich nicht habe ich nicht gesagt alles gut so du kommst jetzt dann hier rein da ist es mir auch egal in welche richtung dass du guckst und den da vorne den zweiten also den da der kommt in den anderen wie gesagt ich sag jetzt habe ich dann links und rechts platz hier gesagt ich sag jetzt nochmal kann man ja immer noch umstellen komm stellen wir gleich um kommen hier die circuits hin und hier kommen die werkzeuge rein passt ich muss halt immer wieder mal einen aufschlagen da unten dass man halt das andere zeug machen kann so dann nehme ich dich mit wie viel wie viel tanks wie viel tanks gibt es denn überhaupt ich glaube ich glaube ich muss nehmen denn es den super tank wie ist es mit dir das super tank ist auch mit der hand zum craften genau davon haben wir 1 2 3 4 5 davon haben wir 4 und davon haben wir auch 5 das heißt ich habe jetzt insgesamt dann 15 rezepte das ist halt die frage macht es dann wie das sind dass man die auch ich hätte gesagt ja ne da kann ich da unten nämlich sachen die wo ich immer wieder mal für die brauche wie zum beispiel die large clay fluid pipes die kann ich dann da unten mit rein verfrachten du kommst dann dahin ok dann hätte ich gesagt gehen wir noch einmal nach vorne da habe ich jetzt irgendwelchen käse drin außer dass da aber wie gesagt ja die maschinen ha die maschinen frames die hätte ich gesagt die die tue ich auf die andere seite mit rüber weil ich brauche sie in lv mv ja wobei nein ich mach dir eigentlich jetzt der assembler steht ich mach dir eigentlich gar nicht mehr da drin doch die da die da mache ich noch bis ich polyethylen habe danach mache ich die auch nicht mehr und sobald ich extruder brauche ich das nicht mehr und das auch nicht mehr und das auch nicht mehr und das auch nicht mehr schön also das heißt das ist einfach nur klar das ding könnte ich eigentlich daneben hinstellen gut so ähm das heißt jetzt wir nehmen einmal eine eine runde werkzeuge mit den trim lasse ich mal jetzt da äh nein die fackeln lasse ich mal da und die dinger kommen jetzt nämlich schön brav in meine eine kiste da rein wie gesagt das ist jetzt das da wird mein haupt crafting bereich für für lv mv denn so jetzt haben wir platz wir haben jetzt hier einen soft mallet wir haben jetzt hier noch einen soft mallet dann haben wir einen hammer und noch einen hammer dann hätte ich gesagt kommt als nächstes rein der wrench dann kommt als nächstes rein das screwdriver den brauchen wir auch öfter äh ganz hinten kommt hin die säge mal drei okay dann haben wir als runter den mortar dann haben wir hier noch die pfeile schau doch schau doch soweit ganz gut aus so und dann hätte ich jetzt gesagt haben wir hier ein wire cutter und dann hätte ich gesagt hat hat eigentlich hat eigentlich ein gesicht ne so dann hätte ich gesagt wir gehen mal hin ich ändere jetzt den frame mach da draus auch ein panel so und jetzt brauche ich ja genau jetzt brauche ich mein gold und wenn ich schon wieder auf die uhr gucke ja aber kann kann wieder eine doppelt geteilt die folge sein finde ich mir schön ja am ende sagt das ja am anfang weiß ich es ja nicht wenn ich es am anfang wissen geht dann wäre ich weit gut dann brauche ich jetzt oh schaut mal ich habe hier noch kapeln das blöcke tön tön kann man mitnehmen ich wollte hier jetzt was holen ich habe es vergessen vor lauter sümpfen mit mir ähm ich wollte was mit den drawern machen genau jetzt weiß ich es wieder da bin ich total in die falsche richtung gelatscht moment äh fast in die falsche richtung gelatscht ich brauche noch zwei stahlplatten äh da 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 brauche ich ein eye of ender ja genau zwei stück bitte sofort und ich brauche ein upgrade template kann mir zwei machen dann hätte ich gesagt dann werden wir die gleich mal anschmeißen das schöne ist jetzt ähm wir haben wir haben wir haben nur noch nicht das gold in der hand das haben wir hier da kommst du jetzt da rein und ich brauche jetzt zweimal ich ich misst ich brauche noch eine gold platte richtig die habe ich die habe ich vergessen ja habe ich es wird zeit dass die maschinen dann auch umziehen ja ja ich muss noch so viel umziehen so ja aber den umzug also den groß umzug den mache ich das was ah das war clever das war richtig clever ich habe momentan hier kein Dampf drin und Ranch habe ich natürlich auch nicht drin ähm und ich kriege jetzt hier keinen Dampf raus ne ähm aus dir kriege ich auch keinen Dampf raus und aus dir hier kriege ich auch nichts raus weil du bist voll so äh aber ich kann mal ich kann mal schnell was testen äh ich muss nur die da mitnehmen ich weiß es jetzt nicht ob das klappt ja ohne Ranch geht gar nix und diesmal habe ich auch den weg habe ich hier noch ein ja hier habe ich noch einen brauche ich nicht ganz nach hinten latschen wie gesagt hier vorne kommt halt auch alles weg dann wird hier auch äh muss ich auch die strecken laufen so ähm wenn ich jetzt nicht nach oben mache und ich jetzt den Tank da drauf stellen dann läufst du voll und auf so so Vielen Dank.